Wir sind hier jetzt in der Abydos Marina. Von hier aus fahren die Boote zu den Schnorkel- und Tauchgängern. Das ist unser Schiff heute. Käpt'n, welchen Kurs nehmen wir? Ja, wir nehmen heute auf jeden Fall den Kurs zum Riff, dort wo es die schönsten Fische und Kurei gibt. Sabah el-Kheer, sabah al-Full. Good morning. Good morning. Es ist jetzt halb 10 Uhr und es ist los. Das ist nun der Blick auf den TÜV, la Branda Paradiso von Biaos. Grundschlagпрitt. determines die Strasöffung resolver! Und das ist das Nummer 4. Oh ganz schlapper! Ich bin der Tünn! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020